Hallo Freunde, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Wir haben heute den 24. Dezember und wir dürfen heute das allerletzte Päckchen von unserem Get Digital Adventskalender öffnen. Das seht ihr jetzt nicht so richtig, aber das steht da hinten noch im Regal. Ich schreibe mal nach hinten und rolle das Päckchen vor und dann machen wir das mal zusammen gemeinsam auf. So, das ist Nummer 24. Von der Größe her würde ich sagen, es ist ein Fungo-Pupp drin. Er ist relativ schwer. Ich weiß nicht, welcher das ist, aber wir werden es gleich erfahren. Es ist auf jeden Fall ein Fungo-Pupp. Das habe ich schon gesehen. Und wir haben einmal, ihr seht es schon, es ist Thanos als Bubblehead-Figur von Marvel. Bubblehead heißt, es hat einen, also er hat einen Wackelkopf, der dann so um, man sieht das jetzt hier ein bisschen schlecht, der dann auch so wackelt halt. Der ist mit so einer Feder befestigt. Ja, dann werde ich definitiv behalten. Er hat sogar den Handschuh an mit den Diamanten, glaube ich, waren das. Keine Ahnung, genau weiß ich es nicht. Der gehört auch zu der Sale mit Cap Snowman, den wir ja auch schon haben. Der war ja in dem anderen Adventskalender drin. Ja. Kann sich durchaus sehen lassen. Den Preis habt ihr hier schon erfahren. Was gibt es noch zu sagen? Ja, ich hoffe, die Videos haben euch gefallen, die ich bisher gemacht habe von dem Adventskalender. Hat mich sehr gefreut, dass ihr so vielzählig alle auch angeschaut habt. Und ich hoffe, es hat euch wirklich gefallen. Ja, ihr könnt es auch mal in die Kommentare schreiben. Ja, ihr dürftet euch das Video auch liken. Es wäre auch ganz toll, wenn ihr mir hier ein kleines Abo da lasst. Und dann würde ich noch sagen, ja, ich denke mal, das war jetzt das letzte Video für dieses Jahr. Insofern wünsche ich euch auch ein schönes Weihnachtsfest heute natürlich. Und ja, falls wir uns nicht mehr sehen, natürlich auch einen guten Rutsch ins nächste Jahr. Und wir sehen uns dann aller spätestens nächstes Jahr zum ersten Unboxing-Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Bleibt gesund. Bis denner. Tschüss.